Liebe Kundinnen, liebe Kunden, vielen Dank für euer Vertrauen im Jahr 2021 im Namen der Kernanergie GmbH Kernanergie Crew. Wir hatten jetzt sehr, sehr turbulente Tage die letzten Monate, das kann man schon sagen, bei uns im Beinlandsgeschäft gehabt. Unsere Handmanufaktur hat auf Hochdruck gearbeitet, euch die Produkte zur Verfügung zu stellen. Das war gar nicht so einfach bei der Vielzahl an Produkten, die frisch geröstet wurden oder Schokolade dementsprechend auch frisch hergestellt worden ist. Und deswegen freuen wir uns auch auf ein besinnliches Weihnachtsfest. Und wir werden heute mit dieser Aktion eine große Weihnachtsabverkaufsaktion starten, wo wir euch herzlich einladen, wo ich euch herzlich einlade. Diese Rabattaktion, die wir zurzeit anbieten, die ist jetzt in dieser Art und Weise in Form. In den nächsten Monaten wird es die so nicht mehr geben. Es wird eine Preisanpassung im kommenden Jahr ab Januar geben, wo wir unsere Preise dementsprechend attraktiv gestalten. Ein Kunden-Leualitätsprogramm wird mit unserem Relaunch, den wir auch im Quartal 1 planen, dazukommen, wo wir ständig sozusagen oder wo du ständig Einsicht hast für deine gesammelten Nüsse und kannst dann dementsprechend auch Konditionen dafür bekommen. Je mehr du einkaufst, desto besser werden deine Konditionen werden. Also ein dauerhaftes Loyalitätsprogramm und das ist, denke ich, eine gute Verbesserung, dass ihr eigentlich gar nicht immer auf diesen Preisrabattnüsse erwarten müsst, sondern wenn ihr mehr einkauft, kommt dann dementsprechend auch einen guten Preis. Und den habt ihr sowieso, auch wenn ihr bei uns einkauft, aber dass man natürlich, wenn man mehr einkauft, dann auch ein höheres Volumen hat und dann einen Preisvorteil hat, das ist das Ziel. Deswegen schlagt heute noch mal zu bei dem großen Weihnachtsabverkauf 2021 und sichert euch die tollen Preise. Wie gesagt, in dieser Größeordnung werden wir es so schnell nicht mehr machen. Deswegen wünsche ich euch und euren Liebsten ein ganz, ganz tolles, besinnliches, ruhiges Weihnachtsfest, auch unter den jetzigen Bedingungen, die sicherlich nicht so einfach für alle sind. Aber ich denke, nach jedem Schatten kommt auch wieder Licht. Und im neuen Jahr sowieso. Deswegen vielen Dank für alles, vielen Dank für das Vertrauen in uns, in unsere Produkte. Ohne euch als Kunden wären wir nicht da, wo wir sind. Also schöne Zeit, guten Rutsches Neujahr. Euer Dennis Puckert, bis dahin. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.